so ich bin hier auf tablas island und bekannter von mir hat doch gesagt mensch macht aber unbedingt aufnahmen von den philippinen ich kann mir gar nichts vorstellen und jetzt versuche ich heute mal in diesem video für meinen kumpel und natürlich für euch bilder typische philippinische orte einzufangen damit ihr ein bisschen einblick habt wie sieht denn das leben auf den philippinen aus film ab so 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 Amen. Amen.